so leute herzlich willkommen zu einem neuen spiel und zwar real royal also einige haben mir mal gesagt ich soll es mal reinschauen wie das findet so zu der region europa gehen wir mal das tutorial durch dann sehen wir mal was da eigentlich zu machen ist zumindest hoffe ich mal dass wir es da verstehen auf jeden fall haben mir einige von euch empfohlen ich soll es mal probieren und ich habe mir gedacht ja statt selber probieren nehme ich direkt mal eine folge auf mit meinem direkten beginnen in dem spiel ok ja 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 Da die Entzündlichkeit raus. Hallo, du Eiersack. Ja, ja, warte mal. Also die Sensi muss ich da eindeutig runterdrehen. Sie ist mir da zu groß. So, dann gehen wir mal der Spur nach. Bewegungsmöglichkeiten allow you to maneuver around the battlefield. Please use Heroic Leap to jump the gap. Aha, okei. Vähdetään se sehndään nemen. Okay, R1. Also R1 heißt springen. Equipte abilities will be displayed. Very good. Move to the next area. Throw a firebomb at the target. Nuh-ah. Excellent. Ja, das will man da mehr. Okay. Oh, no. You've tricked a proximity mine and are injured. That crate will have some potions for you. Drink a potion to restore your health. Healing up. Good. Continue to the next area. When outdoors, you may mount up to travel faster. Mount up now. Now that you are mounted, continue to the next area. Hey. Taking damage. Excellent. Open the chests in this area. Chests can drop items of different rarities. You can equip high quality items to improve your load app. You should disenchant unwanted items to turn them into shards. Okay. Schwert. Not yet. Not yet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, probieren wir noch einen Bogen aus Boah, der Achso, ok, je länger man gedrückt hat, desto genauer erzielt man Wenn man da nur so blulululup, da muss man stärker gedrückt halten, ok Nehmt wieder ein Schwer, zack, zack So, hab ich jetzt alle Kisten probiert, oder? Dann geht's und da wieder weiter mit dem Tutorial Nope I mean, nope Yes, yes 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 Zerlege Genug Gegenstände für 90 Splitter Was muss ich denn da zerlegen, hä? Welche Gegenstände soll ich da zerlegen? Check ich jetzt grad einen Moment gar nicht Welche Gegenstände soll ich denn da zerlegen? Leute, helft mir Leute, helft mir Not yet Yes No Okay. okay leute was muss ich dann zerlegen macht bitte tut er ja es war sogar richtig verstehe ach ok jetzt habe ich es also rechte controller taste runterdrücken dann passt okay Activate the forge and craft an item normally crafting an item would take a little longer this time I've sped it up for you legendary items are the most powerful items in the game pick up your crafted item okay legendäre Gegenstände very good now we will learn about skydiving when the match begins you will be in the zeppelin traveling above the map okay also das ist irgendwie etwas so a la fortnight ready to fight you may move while airborne to control your descent we have marked some areas that could be good landing spots da ich die map nicht kenne werde ich mal einfach irgendwo landen walsch irgendwo gibt es da kein nö congratulations you have completed the tutorial okay you can return to the lobby or if you wish you can try skydiving again also auf jeden fall das tutorial habe ich jetzt mal durch muss ich nochmal landen und dann komme ich direkt in die lobby in die lobby so dann gehe ich mal in die lobby tja jetzt habt ihr mal gesehen wie das spiel da funktioniert was es da eigentlich zu machen gibt ich werde mal die aufnahme beenden da habt ihr das tutorial und natürlich kommt dann die folge mit den ersten fight versuchen also schaut wieder rein bis zum nächsten mal und dann